Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, heute mit einem echten Patientenfall aus der Praxis zum Thema Sodbrennen. Einige kennen es vielleicht auch unter dem medizinischen Wort Reflux. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Ihr bekommt hier Lösungen und Antworten auf die echten Patientenfälle. In diesem Fall war es ein Patient, der kam im Zusammenhang mit komischem Gefühl, komischem Geruch im Mund, trockenen Mund. Der hatte so ein bisschen Beschwerden in Richtung Speiseröhre. Er merkte immer, dass er so ein Hüsteln hat. Das Ganze ging schon so ein bisschen länger. War jetzt plötzlich sehr stark heiser geworden. Er berichtete von einem komischen Mundgefühl und merkte immer, dass er in Richtung Magen, dass er etwas tiefer, er auch Schmerzen zum Teil hatte. Das Ganze ging schon zwei, drei Jahre, ist also auch schon eine längere Geschichte bei dem Patienten gewesen. Und dann ist er zu mir überwiesen worden mit der Fragestellung, was man ernährungstechnisch machen und verbessern kann. Also drei Tipps dazu. Was können wir oder was könnt ihr, wenn ihr die Problematika besser machen? Das Erste ist, wir brauchen das Öl, weil es entzündungshemmend wird. Und man kann sich beim Speiseöl immer gut vorstellen, dass es die Magensäure etwas neutralisiert. Man kann ein, zwei Esslöffel Öl, also theoretisch ein Esslöffel Öl, einfach so auf den Mund und runter schlucken. Das kann einige, zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen oder ein kleines Kornglas und ein bisschen Öl rein. Aber na, dass nicht jeder kann, kann man das auch in die Speisen reinmachen. Quarkspeise bei Joghurt zum Beispiel. Man kann es für die Getreidebreie nehmen. Man kann es auch bei Kartoffelreis oder Nudeln einfach, wenn das Essen fertig ist, ein bisschen Öl darauf machen. Man kann es auch in die Soße mit reinmachen. Also wenn die Soße auf den Teller kommt, wichtig ist, dass das Öl wegen der entzündungshemmenden Wirkung auf die Magensäure und eben auch auf die Schleimhaut, ist es wichtig, dass es direkt aus der Flasche kommt. Der zweite Tipp ist, dass wenn die nüchternen Phasen zu lang sind, also ich sehe immer wieder, dass viele Patienten bei Sodbrennen eine Mahlzeit, zwei Mahlzeiten, manchmal auch nur drei Mahlzeiten essen oder sehr lange Abstände zwischen den Mahlzeiten haben, dann ist es so, dass die Magensäure Stress bekommt, weil sie ja am Ende nichts zu essen bekommt, was ja die Aufgabe ist, Speisebrei herzustellen. Und an der Stelle ist es so, dass die Magensäure hochgeht durch Stressbelastung, gar nicht essen, sehr lange nüchtern Phasen. Natürlich auch Medikamente, kann die Magensäure hochgehen und manchen ist das gar nicht so bewusst, dass dieses Husten oder trockener Mund oder komischer Geschmack, manche merken ja auch, dass die Magensäure hochkommt, dass das damit überhaupt zusammenhängt. Daher der Tipp, der zweite also, Essen einbauen, eine Zwischenmahlzeit einbauen. Und idealerweise kann so eine Zwischenmahlzeit, wer es mag, eiweißreich sein. Also man kann ein paar Käsewürfel essen, man kann zum Beispiel Naturquark mit ein bisschen Früchte mischen, also klassische Quarkspeise mit Früchten. Ich würde immer gucken, dass die Eiweißquelle reinkommt, geht auch in Joghurt zum Beispiel. Warum? Weil die Eiweißquelle zum Beispiel aus Quark besonders sehr gut den Magenfördner beeinflussen kann. Dass die Klappe nicht so schnell aufgeht, die zwischen Magen und Speiseröhre ist und dadurch das Ganze nicht so schnell zurückläuft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es was zu essen, hat die Magensäure was zu tun. Und die Patienten berichten in der Regel immer, wenn sie Zwischenmahlzeiten zum Beispiel eingebaut haben in die langen nüchternen Phasen, ist es besser geworden. Also nüchternen Phasen vermeiden, Essen einbauen, idealerweise eiweißreich. Und den Magenfördner habe ich schon als drittes erzählt, beziehungsweise das Speiseöl einzubauen auch noch für das Speiseöl für die Schleimhaut auch. Also probiert es einfach mal aus. Habt ihr noch mehr Ideen oder Fragen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, eure Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Bis zum nächsten Mal.